Eine ganz wichtige Information, die uns noch fehlt, ist, sind auf den Domänen-Controllern zusätzliche Server-Rollen installiert worden, weil mit dieser Information steht oder fällt eine Migration. Lassen Sie uns das gemeinsam überprüfen. Navigiere zum Server 2008 R2. Wir brauchen dazu den Server-Manager, Start, Verwaltung, dann rufe ich den Server-Manager auf. Wurde auf diesem Server weitere Rollen installiert? Es sind zwei Rollen vorhanden, Active Directory, Domänendienste und DNS-Server. Das ist soweit in Ordnung, das passt. Wir sehen auch hier noch eine Meldung, dass der Best-Practice-Analyzer noch nie gestartet wurde. Das sollte man machen, um so verschiedene Informationen zu erhalten, wie man das Active Directory vielleicht noch etwas besser konfigurieren könnte. Wir werden uns später über den Best-Practice-Analyzer noch unterhalten. Was jetzt wichtig ist, eben Rollen. Nein, keine zusätzlichen Rollen. Das ist einmal sehr gut. Features, Gruppenrichtlinienverwaltung, ebenfalls mit dieser Information können wir sehr gut leben. Das passt. Selbstverständlich müssen wir das Ganze auch prüfen auf dem System SRV 2012 R2. Wurde auf diesem System zusätzliche Rollen installiert? Zuerst einmal schliessen wir die Ereignisanzeige. Ich wähle hier Verwalten aus, Rollen und Features hinzufügen. Oder wir können auch die PowerShell dazu verwenden. Das spielt keine grosse Rolle. Rollen und Features hinzufügen. Dann wähle ich hier Rollen- oder Feature-basierte Installation aus. Zielserver ist markiert. Weiter. Wir haben hier Active Directory, Domänendienste. Dann DNS-Server. Dann Speicherdienst, Dateiserver. Das ist alles okay. Gibt es zusätzliche Features? Sind da Features vorhanden? Jawohl, die Gruppenrichtlinienverwaltung. Und sonst die Standard-Tools, welche da mit installiert wurden. Also keine spezifischen Tools oder Features, die da noch nachinstalliert wurden. Das ist ganz wichtig. Vor allem Serverrollen sind wichtig. Die Features sind nicht unbedingt massgebend, aber die Serverrollen sind da ganz wichtig. Ich kann Ihnen ein kleines Beispiel angeben. Wenn jetzt auf diesem Server, auf dem Server 2012 R2, welcher ja gleichzeitig Domänenkontroller ist, jetzt auch noch ein Zertifikatserver wäre, dann müssen Sie zuerst die Rolle Active Directory Zertifikatsdienste von diesem Server entfernen. Sie können zu einem späteren Zeitpunkt diesen Domänenkontroller nicht herunterstufen, wenn Sie vorgängig nicht diese Rolle entfernt haben. Sie erhalten eine Fehlermeldung. Die heisst ganz einfach, bevor Sie diesen Domänenkontroller herunterstufen können, müssen Sie Active Directory Zertifikatsdienste von diesem System entfernen. Und genau um das geht es. Das ist mir eben so wichtig, dass man das vorgängig abklärt. Und ich möchte noch etwas erwähnen. Wir haben jetzt in unserer Infrastruktur zwei Domänencontroller, welche keine zusätzlichen Rollen vorhanden haben. Wenn es bei Ihrer Infrastruktur anders aussieht, dann müssen Sie einen anderen Weg einschlagen. Ich kann nicht alle optionalen Momente aufnehmen in diesem Kurs und dann eine entsprechende Lösung anbieten. Das funktioniert so einfach nicht. Sie müssen immer in der Infrastruktur, in der Sie sich bewegen, die Ist-Aufnahme umsetzen, sich informieren, damit Sie dann die Migrationsschritte planen können. Wir werden das gleich später besprechen. Es gibt keine Standard-Migrationsanleitung. Das verhält sich immer pro Situation wieder anders.